Guten Tag meine Damen und Herren, welche Börsenregion hat die Nase vorn? Wohin fließt das Geld? Nach Amerika, Japan, Europa oder in die Emerging Markets? Diese und weitere Fragen versuchen wir in unserem Buch Wohin fließt das Geld? auf den Grund zu gehen. In diesem Video schauen wir uns an, an welche Börse das Geld aktuell fließt. Wir sehen die absolute Performance Matrix hier, die wichtigsten Börsenregionen dieser Welt. Auffällig ist, dass sämtliche Börsenregionen aktuell sich im zweiten Quadranten und somit im Aufwärtstrend befinden. Das heißt also, aktuell fließt das Geld an die Wall Street, nach Tokio, an die europäischen Handelsplätze und auch an die Börsen in den Schwellenländern. Im zweiten Chart sehen wir die verschiedenen MSCI-Subindizes, aufgeteilt natürlich nach den wichtigsten Börsenregionen dieser Welt. Auffällig ist hier, dass die Börsen in den USA und auch in Japan schon extrem weit und auch schon sehr hoch gestiegen sind. Die Finanzplätze in Europa haben dagegen erst kürzlich ein neues Kaufsignal generiert und die Handelsplätze in Fernost, in den Emerging Markets, stehen unmittelbar davor. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse an unserem Buch Wohin fließt das Geld? wecken. Wenn dieses oder weitere Themen für Sie interessant sind, dann bestellen Sie unser Buch Wohin fließt das Geld?